Yo Leute, was geht? Willkommen zu Dragon Ball Fusions. So, wir müssen... Wo sind hier? Events. So, wir müssen in dem Quest die Autorin machen. Ich glaube, das haben wir auch in der letzten Folge versucht zu machen. Nur bin ich irgendwie daran kläglich gescheitert, denn... Ich dachte, das wäre eine alte Welt. Ist aber demnach nicht so. Und hier, glaube ich, scheint ein Raumzeitloch zu sein oder so, ne? Hier. Jawohl. Ja, nice Scheiße. Ich dachte ja, das wäre eine alte Welt, weil es hier so weit außen ist. Die ultimativen Dragon Balls. Pilaf und seine Bande finden in einem heiligen Schrein die ultimativen Dragon Balls. Als sie dort auf Son Goku treffen, sitzt Pilaf sie ein, um den ultimativen Shenlong zu rufen. Seinen einzigen Wunsch nutzt der, um Son Goku wieder in ein Kind zu verwandeln. Okay. So, Leute. Jetzt mal wirklich eine Real Talk Frage an euch. Mich würde es mega freuen, wenn ihr, nachdem ihr die Frage gehört habt, wirklich das Video kurz pausiert und die Frage beantwortet. Auch wenn ihr nie in die Kommentare schreibt. Es würde mir echt viel bedeuten. Und vor allem Zeit sparen. Warum? Das Ganze vor allem ist halt aktuell zeitmäßig ein bisschen knapp und privat habe ich leider, sag ich mal, wirklich leider andere Sachen zu tun. Aber ich nehme trotzdem weiter für euch auf. Und zwar möchte ich euch fragen. Wie findet ihr Dragon Ball Fusions? Ist es überhaupt ein gutes Spiel? Interessiert es euch überhaupt? Oder soll ich das Let's Play doch abbrechen? Ich frage extra, weil Zeitknappheit etwas. Und das Spiel ist für eine halbe Stunde cool für mich. Selbst wenn ich zocke und danach denke ich mir so, ja, es ist irgendwie ein gutes Spiel, aber es fesselt mich nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es aktuell eine Phase bei mir, weil ich so viel Stress habe, aber ja, keine Ahnung. Lass es mich einfach wissen. Wäre übelst geil. Würde ich mich riesig freuen. So, weiter im Kontext hier aber, ne? Die alle in Winde zerstreuten ultimativen Dragon Balls müssen innerhalb eines Jahres gefunden werden, um die Zerstörung der Erde zu verhindern. Son Goku Trunks und seine Enkelin Pan brechen zu einer weiteren Reise auf, die sie ans andere Ende des Universums führen wird. Okay. Ist hier noch ein Raumzeitloch, oder? Ähm. Ja. I don't know. Weil wir müssen da tiefer gehen. Das ist auf dieser Ebene. Das ist auf einmal wieder höher. Müssen wir jetzt einfach die Quest abgeben? In der Weise sollte doch das stehen, die Quest aktualisiert sich oder so, oder wurde beendet. Ha. Merkwürdig. Oh, und? Hast du das Raumzeitloch gefunden? Wirklich? Du hast jemanden auf der Suche nach Dragon Ball zum Planeten reisen sehen? Wow. Faszinierend. Danke Trunks, du hast mir wirklich geholfen. Du auch. Oh, hei. Seid ihr auch fucking hyped? Dann, warte mal. Wie lange geht in der Monat? Um 30. oder 31. Bis zum 30. Das heißt, genau in einer Woche. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, dann in sechs Tagen beginnt it. Beginnt Dragon Ball Heroes. Ich bin übelst hyped. Ich weiß nicht warum, das ist ja nicht wirklich die Main Series. Also nicht so ein Core-Anime, mehr so ein Spin-Off. Aber ich bin fucking hyped, ich weiß nicht. Und es gab hier schon eine Preview für die erste Episode. Der übelst geil aus. Und vor allem der Lead Director, beziehungsweise der Lead Designer von Dragon Ball Z, der damals am Start war. Der ist auch wieder am Start. Das heißt, die Charaktere werden höchstwahrscheinlich nicht Off-Character sein. Die Animations werden nicht Off sein. Es wird alles nicht wie so Pimmel aussehen, wie bei Dragon Ball Super. In der Preview kann jetzt sein, dass die Preview extra dafür gerendert worden ist, dass es so geil aussieht. Aber in der Preview sieht das 1 zu 1 aus, wie bei Dragon Ball Z, beziehungsweise GT, weil auch GT Charaktere sind nur geiler. Also kann man rein theoretisch sagen, vom Design her Dragon Ball Fighters. Ich freue mich übelst hart. So. Jetzt aber weiter. Kannst du mir Bescheid sagen, wenn du was Neues erfährst? Klar, mache ich. So. Sidequest abgeschlossen. Kriegen wir ein Level-Up? Oder wie viel Experience haben wir? Lange nicht mehr gezockt. Mein letztes Mal war jetzt, wie gesagt, wirklich, ich glaube, letzte Woche Sonntag oder letzte Woche Montag. Denn ich habe die komplette letzte Woche voraufgenommen. Und muss gestehen, ihr habt euch so ein bisschen vermisst, um ehrlich zu sein. Und irgendwie, das hat sich so angefühlt, als ob ich so disconnected wäre. Das hat sich schon komisch angefühlt, für eine gesamte Woche voraufzunehmen. Jetzt weiß ich, was andere YouTuber damit meinen, wenn sie eine Woche oder zwei Wochen voraufnehmen, weil sie in Urlaub fliegen oder weshalb auch immer. Und dann sagen, irgendwie habe ich euch vermisst. Und ich dachte, hä? Du hast doch deine ganze Zeit dein Handy dabei gehabt oder was weiß ich. Du konntest die ganze Zeit mit den Leuten schreiben. Wie ist das? Aber es ist halt wirklich so. Irgendwie, das fühlt sich komisch an. Vielleicht, weil ich das zum ersten Mal gemacht habe. Na ja. Wie dem auch sei. So. Bon. Ach, wir müssen nach unten. Kann man hier oben nicht einsteigen? Hello. Dann nicht. Dann fliegen wir einmal rundherum. Ja. So. Äh. Irgendwo hier muss das doch sein. Maybe hier? Nope. Ähm. Äh. Was sind die Quests? Wie gesagt, für mich ist das auch knapp eine Woche oder eine Woche. Ich habe es schon fast wieder vergessen. Gib dich an den Entdecknord. Öffne ein Raumzeitloch. Alles klar. Hier ist also das Raumzeitloch, was da eben gerade aufgepoppt ist. Also von. Wachachang. Sehr schön. Och. Come on. Äh. Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Kampf gewonnen habe. Alter. Ist das ein dreifacher Pinker? Tschisch. Aber wir sehen uns gleich wieder. So. Wir haben gewinnt. Wer hätte das gedacht? Jetzt sind wir auch Stufe 20. 21. Oh, das hat gute Experience gegeben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. I like that. So. Das war sogar noch ein Grüner, ne? Das heißt, wir müssten jetzt mehr Grüne haben. Habe ich das Teil wieder geöffnet? Oder muss das nochmal öffnen? Ich muss nochmal öffnen. Jetzt aber. Und rein da in die gute Stube. Oder raus da, wer auch immer da drin ist. Fließer. Was ist das für ein Ort? Hallo, Frießer. Frie... Fließer! Hä? Ach, ihr seid's, die Erdlinge. Sieh eine an, wenn das nicht Genue ist. Wie ich sehe, ist diese Welt eine Mischung von allem. Hä? Und die sind scheinbar auch hier. Wenn es nur die beiden wären, würde ich alleine mit ihnen fertig werden. Aber ich muss meine Taktik überdenken und mich um diese anderen nervigen Gestalten kümmern. Also... Genio, bring diese Leute um. Sie haben uns... Sie haben mit uns kooperiert, Lord Frießer. Sie haben uns einen interessanten Fusionsmove gezeigt. Können wir sie nicht verschonen? Einen Fusionsmove? Was für ein Fusionsmove? Kommt, wir zeigen Lord Frießer den neuen Fusionsmove. Oh Gott, wie sehen die aus? What? Warum trägt der Saiyajin Klamotten? Okay. Gulce. Klingt irgendwie wie, äh, Gulcan. Ist auch so ein türkischer Frauenname. Rikum. Vakuum Cleaner. Der Vakuum Cleaner. So, Lord Frießer, jetzt sind wir dran. Sei doch nicht so albern, du Pfeifer. Was willst du... Äh... Was willst du mir mit dieser albernen Pose bloß antun? Ich lass dich am Leben, weil du mich aus der Hölle gerettet hast. Jetzt hab ich aber zu tun. Und diese Musik! Genio, vernichte sie so auf qualvollste Art und Weise, wie du es für richtig hältst. Ja, Lord Frießer, aber lass das nur mir. Hey, wartet! Vergiss das doch, und Genio und sein Sonderkommando sind sehr starke Gegner. Dann gehört ihr also doch zu dem Bösen, was? Ich hatte mir schon etwas... Ich hatte mir schon gedacht, dass da etwas faul ist. Nach dem komischen Auftritt. Sie sind der Feind. Tut mir leid, ihr Kleine... Ich mochte euch, aber Lord Frießer hat seinen Befehl erteilt. Und jetzt spielen wir mit euch. Wenn ich mit dir nicht dem Floor wische, ne? Dann... Weiß ich auch nicht. Es geht los, wenn ihr bereit seid. Ja, wir haben gut trainiert. Durch die Quest bekommen wir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Experience. Okay, dann nicht. Wir geben gelbe Energie. Wir gehen direkt rein. Fangen wir an. Los, auf geht's. Jetzt wird gefistet. Mit Güljam, Vakuum, Cleaner und Genio. So. Wir machen erstmal den fetten... Oh mein fucking Gott, haben die Leben. Holy shit, haben die Leben, bro. Mit der Angst, Micky. Holy shit, haben die Leben, bro. Warum haben die so viel Life? Ähm... Ja. Würde... Ich glaube ich, Genio zuerst rausnehmen. Sollte beide treffen, oder? Jawohl. So, du wirst wahrscheinlich da hingehen. Warum da hin? Da ist doch gar nichts. Oh mein Gott, der Damage. Ich glaube, wir müssen den Kampf verlieren. Sieht auf jeden Fall so danach aus. So, Galax-Strahl gegen alle drei. Leider kein Support, aber... Dennoch. So. Eine Ultra-Fusion, maybe. Ah, dann treffe ich nicht alle drei. Spare ich mir die lieber noch? Ne, komm, ich will so viel Damage, wie es nur geht, raushauen. Falls wir es doch gewinnen können. Darf ich halt nur zwei, whatever. Und bei dieser fünffachen Fusion habe ich schon bemerkt, je nachdem welcher Charakter die Fusion einsetzt, der Stone-Unterschiedlicher sehen wir auch aus. Nun mach doch Damage! Ich komme nicht mal an. Der Typ ist so schnell. Ich komme nicht mal an, Alter. Der Typ war so schnell. Das hat ja gar kein Damage gedrückt. Ich glaube, ich hätte mit einer vollen Turn mehr Damage gemacht. To be honest. Alter, trotz Block. Holy shit. Da lang? Aber zu seinem Mate, ne? Ah. What? Der macht einfach die Raw-Seeklinge. Oh my goodness, ist der Fight heftig. Damn. Ich dachte, er würde uns zu seinen Mates werfen wollen, aber... Nope. Straight raus. Brüht die Scheiße aus uns raus. Äh... Ja. Ich gehe mal hier. Trunks ist dran. Buster Sprint. Gegen Ginyu. Get fucked, my dude. Bam. 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 So, das hat doch schon mal gut Damage gedrückt. Special Move. Heilungskraft. Auf San Goten. Fallen einfach 2k. Damn. Aber Saiyajins sind ultra langsam. Nach unten? Ich dachte, der würde uns echt wieder rauswerfen wollen. Oh, das tut weh, Alter. Oh, nicht schon wieder. Come on. Das ist mal richtig nervig. Äh, ein Galaxe Strahl gegen die beiden. Okay, Ginyu haben wir fast raus. So, und nochmal. Auf geht's. So, noch eine Ultra Fusion gegen die beiden. Ginyu sollte damit eh sterben. Safe. Lieber noch eine Fusion und dem anderen so viel Damage drücken wie nur möglich. Bam. Bam. Jetzt einfach blau-grün. Nice. Bam. Bam. Get fucked. Ja. No. Come on. Jetzt muss ich halt wieder nur aufpassen. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Nach oben. Okay, die gehen wohl nicht für die Kombos. Die gehen für die Single Target Ziele. Aber wir haben uns auch geheilt. Beziehungsweise wir haben uns das live geteilt. Den kompletten Damage haben wir uns in der Gruppe geteilt. Okay. Deswegen sind alle angeschwächt. I see. Okay, das heißt, er wird ja hier hingehen. Jetzt in die Gruppe. Das ist ein bisschen disgusting. So eine Fusion kann ich nicht machen, aber ich kann dafür ein Gadex-Strawl gegen alle machen. Mit Support mal zwei. Oh, das war ein Crit. Sehr schön. Hier könnte ich wieder heilen. So. Wieso kann ich nicht fusionieren? Wahrscheinlich, weil ich vorher die Ultra-Fusion gemacht habe, oder? Chance auf Blenden. Machen wir mal gegen den Typen. Perfekt. Und Blenden ist drauf. Sehr schön. Jawohl. Oh, fuck. Get tracked, my dude. Also, wenn ich Damage rausbekomme. Weil wir uns rauskicken? Ja, weil der, okay. Sehr gut. Nice. Sehr schön. Ah, der lebt immer noch. Jetzt stirbt er aber. Alter. Volles Key mit Goku, ey. Nice. Stirb. Wichser. Jetzt leben nur noch der eine Vogel. Äh... Ultra-Fusion. Naja, das hat nicht so viel Damage gerückt. To be honest, lieber Sakai-Angriff. Lieber einen Sakai-Angriff. Hinter dir, du Wexer. Oh, das war ein guter Sakai-Angriff, oder? Gehe ich mal stark von aus. Ah, das ist auch mehr Schaden. Jawohl. So. Du machst jetzt den Jungfern-Knall. Schönen unsere Mates. Sauber. Ach, komm, ich hab grad nach oben gedrückt. Schade. Ich geh halt... Alter, ich geh halt immer mit den Gegnern mit, was total dumm ist. Ich muss mich einfach... ...aufs Ende verlassen. Oha, Gohan ist gestorben. Äh, Gohan. Krasser Scheiß. So, jetzt aber. Jungfern-Knall. Aber ihr seht schon. Die Kämpfe dauern lange. Und meistens gehen diese Random-Kämpfe... ...die Gegner, die uns ja angreifen. Entweder genauso lang oder fast so lang. Und deswegen... ...macht da so viel Cuts. Das ist halt echt krass. Das ist echt krass. So, jetzt aber. Stirb, du Wichser. Wir müssen critten. Come on, critte. 1500, 1200. Äh. Hier kriegen wir aber wieder guten Support. Deswegen Kamehameha. Beziehungsweise Galexstrahl. Jawohl. Sehr nice. Aber es muss doch bestimmt Millionen-Experience geben, oder? Ein Level-Up. Zwei Level-Ups. Zwei Level-Ups. Bzw. Zweieinhalb. Holy shit. Damn. Führ eine Ultra-Fusion durch. Heile jemanden im Kampf. Blablabla. Erlähnt einer Schaden mit einem Treffer. Greif hier mit zwei Personen-Unterstützungsangriff an. Läuft. 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 Wie konntet ihr uns nur besiegen? Ist das nicht das Ende? Wir kämpfen wieder gegeneinander. Dann gewinnen wir. Äh. Jederzeit. Natürlich meint er damit nicht nur dich. Aber. Jeez. Du hast genug erklärt. Wir nehmen es jederzeit mit euch auf. Hey Trunks. Sie sind einfach abgehauen und haben ihr Raumschiff zurückgelassen. Und wir haben uns doch so abgemüht, diese Barriere für sie zu durchbrechen. Was machen wir denn mit diesen Riesen? Hey Moment mal. Ich habe eine fantastische Idee. Ich muss nur kurz was klären. Ihr kümmert euch um die Barriere oberhalb von uns. Okay? Ähm. Okay. Wir siegen das Genio-Kommando. So. Jetzt sind wir auch 23. Kannst du mehr Quiz im Quiz-Kack machen? Durchbricht die Himmelsbarriere. Das machen wir gleich. Beziehungsweise. Äh. In der nächsten Folge. Ich möchte erstmal gucken, was wir für einen ältesten Platz brauchen. Weil ich den auch noch durchbrechen möchte. Vielleicht kriegen wir das direkt jetzt hin, wenn wir schon genug Key zusammen haben. Hopefully. Please. Wir können es nicht. Denn uns fehlt Lila, Gelb und Grün. Haben wir nicht schon Grün besiegt? Aber wir können ja nicht mehr tragen, glaube ich. Weil wir zu wenige Teammitglieder sind. War da nicht was? Fuck. Das heißt, das können wir gar nicht durchbrechen, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Für diejenigen, die sich das Gold haben, weil ich es auch Let's Played habe. Beziehungsweise angefangen habe und schon weiter sind. Lasst es mich wissen. Ob wir die Barriere durchbrechen können oder nicht. Aktuell. Aber ja. Das war es für diese Folge Dragon Ball Fusions. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja. Lasst einen Daumen nach oben. Das Support-Scan-Out, Leute. Und dann würde ich sagen. Brechen wir in der nächsten Folge die Barriere da oben. Und kommen in die nächste Welt. Und dann schauen wir einfach mal. Also. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Peace. Bis zum nächsten Mal.